Ich bin nicht all den Tag, einfach eine Schuhe! Alle bei uns gleich. Ich glaube, das, was du nimmst, kann ich dann auch nehmen. Ah, nehmen wir einen da. So kann ich zielen, glaube ich, ne? Na, ist auch egal. Interessant, interessant. Warte mal. Ich glaube, das hier scheint mir nicht schlecht zu sein, oder? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Geh es einfach. Du sagst mir nicht, was zu tun. Was nehmen wir denn? Hey, was ist mit der Attitude? Was willst du nehmen? Nehme ich was anderes. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Warte. Äh. Du musst da weggehen, sonst kann ich nichts nehmen. So, was haben wir? Ähm. Ähm. Ach, komm. So. Natürlich. Also nimmst du ne... So. Nimmst du ne Sniper? Ah ja. Ist überhaupt nicht laut. Mit RB nachladen. Ah ja. Ach, nehme ich das Ding. Hallo Baby. Bist du nicht so dumm? Das klappt sehr gut. Schade. Schade. Schade, dass das nicht funktioniert. Okay, ich glaube wir können jetzt so lange bleiben, wie wir wollen. Wir müssen dann nur zum Auto gehen. Das ist der perfekte Ort für eine Target-Praktise. Anze? Guck mal da hinten auf dem Berg, da steht wer. Siehst du den da hinten? Da hinten steht wer. Nein. So. Ähm. So. Du guckst da jetzt nicht ernsthaft hin, hoffe ich. Nee. So, okay. Machen wir hier den hier. Verdammt. Nein, das war nicht gut. Naja. Olympia gewinne ich damit nicht, aber sollte reichen. So. Ich geh mal wieder zurück. Wir machen mal weiter. So, hier, wo geht das denn? Wo muss ich überhaupt lang? Äh. Ach da. Ähm. So. Pff. So. Möchtest du fahren? Gehen. Mir ist glaube ich egal. Hey Leo. Ready to leave? What's the rush? Was machst du denn da? I'm not coming. So. Ciao. War nicht schön mit dir. So. Was? Woher wussten wir das? Nur man weiß es nicht. Was macht sie jetzt? Verpfeift ihr uns jetzt etwa? Hey, es ist mir. Ich habe etwas Informationen über Leo. Okay, du kennst dich wo er ist? Ich habe ihn gerade gesehen. Gib mir das Location. Sure, aber es wird kostenlos. Don't worry about that. Just tell me wo er ist. Okay. Got it. Good job. Talk to you later. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Was soll denn das? Man weiß es nicht. Is that what? My name is Carol Moretti. I'm pregnant. Und ich denke, ich bin in der Arbeit. Und ich bin all alone. Bitte send an ambulance. Hey, kann du stopt bei der Telefonkarte? Ich bin da. Du bist sicher, dass du uns ein Flugzeug holst? Ich hoffe, dass ich so. Ja, mir auch, Mann. Ich will nicht nach Mexiko gehen. Na, da ist dein Telefon. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin sicher, dass wir uns das Flugzeug holen. Na dann, gucken wir mal. Was steht hier eigentlich? Oh ja. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Natürlich nicht. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und da haben wir so eine Veränderung. Das ist ein schlechter Bewegung, Mann. Ein wirklich schlechter Bewegung. Siehst du? Das ist ein echtes Herr. Vielen Dank. Mein Glück. Du schaust dir ein Douchbag. Wie geht es dir für einen Dollar? Aber diese netten Mitbürger. Danke. Lass mich allein. Ja, okay. Na toll. Du hast Geld gekriegt. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, hier. Okay. Verlückt. Hey, was hast du für ein Packer Smokes hier? Same wie überall. 36 Cent. Ich will nicht mehr mit dir sein. Was ist das? 36 Cent für ein Lousy Packer Smokes? Are you serious? Ja. Der Preis hat 36 Cent für die letzten zwei Jahre. Wo hast du? Been around. Ich habe nicht mehr Geld kaufen, das ist alles. Also, are you going to buy something or what? Na, I'm good. Hey. It's Vincent. Yeah, I'm fine. Thanks. Look, I need to fly somewhere. Uh, tomorrow. Can you make that work? Okay. Great. What? When? Where is she? Okay. Okay, okay. Thanks. Hey, did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? Are you okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened, and I need to be there. All right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! I can't talk about it. I can't understand it. I can't talk about it. I can't talk about it. Okay, fine. It's my wife. She's... Oh, shit! We gotta get out of here! Das ist ja mit ihm falsch. Dann müssen wir auch noch laufen. Ich bin zur Anstrengung für uns. Okay. Gleich mal hier links. Gucken. So. So. Jetzt hier links. Achso. So. Das kriegen wir hin. Warte. So. Okay. So. Dann gehen wir mal schnell da hoch. Würde ich sagen. Zumindest. Wie ist denn hier am besten hoch? Achso. Achso. Warte mal. Ich geh mal hier schnell. Echt? Was war das denn? Was glaub ich? Ah ja, okay. Ich frag mich, wie der da jetzt noch reinkommen will. Aber okay. So. Warte. Warte hier vielleicht mal. So. Muss ich mal drücken? Nee. Okay. So. Hey. Achso. Ich dachte. So. Schnell wieder. Stick auf. Dafür, dass es ein Schalldämpfer ist, ist es aber sehr laut, finde ich. Naja. Okay. So. Kann ich theoretisch hier weiter? Ja. Schieben. Das sieht recht interessant aus, wie wir das machen. Okay. Warte. Warte. Hatten wir dabei. Ist ja nicht mehr normal. Hä? Warte. Mensch. Hä? Wieso? Ja. Das klappt sehr gut. So. Sehr gut. So. Ich glaub, du kannst jetzt runtergehen zu mir. Kann ich verdrücken? Ja. So. Oh, okay. Na komm. So. Gott. Ich hasse solche unnötigen Kack-Sachen, ey. Meine Güte. So. Ich weiß nicht, was du mit deinem Kack-Sachen haste, aber wir müssen uns mit deinem Kack-Sachen aber wir müssen uns mit deinem Kack-Sachen beendet. Harvey wird immer wieder mit deinem Kack-Sachen beendet. Ja. Ich weiß. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure. It's... It's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see a kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see a kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. Alright then. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. You know? I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I... I didn't mean it in a bad way, you know? But... Yeah. Anyway. It's a great thing watching your kid grow up. Yeah. I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. 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 Vincent. Ask the receptionist. She should know. So. Wir gucken mal hier aufm Schild. Ah. There it is. Leo. We need to take the elevator. Okay. Ging ja schnell. So. Ich guck mal hier. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, uh. Which way to the maternity ward? Just, um. Take the elevator to the top floor. And then follow the signs. Thank you. Okay, what is it here? Mhm. Mhm. Gut zu wissen. Spiel spielen, na. Müssen wir auch gleich mal machen. Warte mal. Ich muss vorher mal kurz hier gucken. Are you scared to lose, Vincent? You are way too old to drive. No, no, no. Trust me. I'm fine. Let me guess. Car accident? Yes. It's the third time in six weeks. She says I'm too old to drive. I think you might be right about your husband. Sorry. You seem to be too old to drive. What? Oh, no. I'm not his wife. No. She's my mistress. Please don't tell anyone. You have my word. Hey Vincent. Let me kick your ass in this kids game. Let me kick your ass in this kids game. Ja, nu warte. Geh da noch weiter. Warte. Wo sind wir jetzt gucken hier? Kann er mit jedem reden? Das machen wir doch gleich mal. What? I'm not always sick. You're more sick than I am. That's because I have the bad jeans. We're twins. We have the same jeans. Right, mister? You both look very alike. On the outside, maybe. But she's way more sensitive to pain than I am. No, I'm not. Yes, you are. Ow! What's wrong with you? It hurts, man. Hurts real bad. You better stop faking it. Why would I be faking? Easy. Insurance money, of course. Fuck you. You better chill out before I make you feel some real pain. You got that? Yeah. Just leave me alone. I'm scared. I wanna go home. We will. As soon as the doctors had a look at you. But I'm fine. Right, mister? I'm sure you'll be fine. But... Do you think it'll hurt? Not at all. The doctors are really nice here. Thank you. Na dann. So. Sollen wir doch mal eine Partie spielen? Hm. Das ist ne gute Idee, warte. Oh, warte. Wir waren ganz kurz hier. Wieso? Okay. So. Excuse me, sir. Do you know where the hospital is? You're in the hospital. I am? Are you okay? I get mixed up pretty easy. Doctors say I'm senile. Just just a fancy way of saying you're getting old. Ha! That's exactly what I'd say. You have a nice day. You too. Mhm. Wird aber einer sehr schnell alt. So. Bei dem waren wir schon. Da drüben. Warst du bei dem schon? Hab ich gleich mitbekommen. Nee, ich glaub nicht. Mal gucken wir da doch mal. Warte. Ich bin sick, Mann. Ich weiß, ich bin nicht sick. Aber ich bin. Ich bin wirklich. Und warum sagst du mir das? Weil niemand mir glaubt. Das ist mir. Maybe everybody's onto something. They're not. And no. I'm not a hypochondriac. So what about your doctor then? What does he have to say about it? That's the problem. He thinks I'm making all this stuff up. Ha! Can you believe it? Yeah, I can. Maybe you should start believing it too. You're just like all the rest. Just leave me alone. Hmm. Are you scared to lose, Vincent? What? Your arm's not broken. What? Are you serious? Can't you see I can hardly move it? I can see you moving it. Which means it isn't broken. You should listen to your wife. Your arm isn't broken. What do you know about it? Are you a doctor or something? It doesn't take a doctor to see that. Just some common sense. Thank you. Do you believe me now? Just because he says it? No way. I'm seeing a doctor. My arm is definitely broken. Na dann lassen wir ihn mal in den Glauben und dann gucken wir mal hier. Hey Vincent. Let me kick your ass in this kids game. Mhm. Dann gucken wir mal. So. Ich darf sogar anfangen. Geil. Machen wir direkt mal hier. Ich weiß gar nicht mehr wie das ging. So. Hm. Wie viel brauchen wir noch mal nebeneinander? Vier deswegen. Vier. Ah ja. Das Spiel heißt vier gewinnt. Ah ja. Manche Leute spielen auch sieben gewinnt meistens ne? So. Okay. Gucken wir mal hier. Äh. Was machen wir mal schönes? Keine Ahnung. Äh. Pfff. Keine Ahnung. Äh. Warte mal. So. Ach komm. Machen wir mal was anderes. So. Äh. Warte mal. Ja. Ich hab ne Idee. Ha. Suck it loser. Bet you didn't see that one coming. Hm. Right. Ach. Dann machen wir noch einen. Erstmal fangen wir mal anders an. So. So. Fertig. Ja. Ja. So. Nein. Da. So. Wir sind doch viel nebeneinander bei mir. Öhöhöhö. So. Ähm. Ich wollte ihn eigentlich da hinsetzen. Schade eigentlich. So. Wir gehen weiter. So. Wo wollten wir eigentlich hin? Wir sollten nach oben fahren mit dem Fahrstuhl. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist das hier irgendwie ein Unterschied? Ne. Wir sind Deutsche. Also gehen mal rechts. Oh Gott. So. Ah. Wait. Hm. Mhm. Mhm. Vielen Dank.